Ja, ihr alten Kaiju-Fanatiker da draußen, ich hab's ja im letzten Video bereits angekündigt. Im letzten Video haben wir uns ausführlich über sämtliche Grundlagen des Godzilla-Bösewichts Destroyer gekümmert und eben einfach alles mal so ein bisschen besprochen, was du da draußen über Destroyer wissen musst, um nachzuvollziehen, warum die Fangemeinde so angetan von dieser Kreatur ist. Und hier und da hab ich auch mal angerissen, dass Destroyer sogar möglicherweise schon sehr bald einen Auftritt im MonsterVerse bekommen könnte. Aus diesem Grund stellt sich natürlich eine komplett plausible Frage. Wenn Destroyer wirklich im MonsterVerse aufschlagen würde, wäre er trotz seiner enormen Macht überhaupt eine Gefahr für den aktuellen Godzilla? Also die aktuelle Godzilla-Variante, nämlich Godzilla Evolved. Ja, den haben wir in Godzilla Kong the New Empire das allererste Mal zu Gesicht bekommen. Dort wurde ein neues Stadium von Godzilla eingeführt und auch wenn ich der Meinung bin, dass Godzilla Evolved überhaupt nicht so mächtig im Film rübergekommen ist, wurde von Warner Brothers aus bereits bestätigt. Doch doch, Godzilla Evolved ist wirklich mitunter eine der mächtigsten Kreaturen im gesamten MonsterVerse und wahrscheinlich sogar mindestens genauso mächtig wie Shimo selber. Deswegen dachte ich mir, wir machen einfach jetzt folgendes. Wir nehmen den Destroyer aus dem Toho-Universum und schmeißen ihn einfach rüber in das MonsterVerse selber, in ein Gefecht mit dem lieben Godzilla in der Godzilla Evolved Form. Ich hab hier eine Kampfanalyse für euch zusammengestellt und ich meine herausgefunden zu haben, wer von diesen beiden ultramächtigen Urgiganten wirklich der Stärkere ist. In diesem Sinne legen wir gleich los und viel Spaß mit dem Video. Wer wäre stärker? Godzilla Evolved aus dem MonsterVerse oder Destroyer? Und ja, in diesem Szenario hier nehmen wir uns erst einmal den Destroyer, den wir aus dem Toho-Film-Universum kennen. Sollte diese Kreatur eines Tages doch noch den Weg ins MonsterVerse finden, könnte es sein, dass Destroyer hier noch die ein oder andere Fähigkeit mit dazu gedichtet wird. Deswegen ist hierbei ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass wir hier den Godzilla Evolved aus dem MonsterVerse gegen Destroyer von Toho gegenüberstellen. Quasi ein Multiverse-Crossover à la Marvel. Nur eben jetzt mit den gewaltigen Titanen bzw. mit den gewaltigen Kaiju. Der König der Monster Godzilla kämpft also hier in diesem Szenario in seiner bis dato mächtigsten Form, die wir aus dem MonsterVerse kennen, dem sogenannten Godzilla Evolved, gegen einen der tödlichsten Gegner, die je in der Kaiju-Welt aufgetaucht sind, Destroyer. Ja, über diesen Kaiju habe ich schon ein ausführliches Video gemacht. Das habe ich dir mal oben links in der Ecke verlinkt. Da kannst du gerne mal draufklicken. Da haben wir so die gesamten Grundkonzepte, das Grundgerüst von Destroyer besprochen. Und ja, in diesem Fall jetzt hier lassen wir die beiden Titanen gegeneinander kämpfen. Ein episches Duell, das die Kaiju-Welt definitiv für immer verändern könnte. Aber wer würde diesen titanischen Kampf tatsächlich gewinnen? In diesem Video analysieren wir die Stärken, die Schwächen und die entscheidenden Fähigkeiten von Godzilla Evolved aus dem MonsterVerse und Destroyer. Am Ende werden wir dann ermitteln, wer hier wirklich siegreich aus einem Kampf hervorgehen würde. Beginnen wir also mit Godzilla Evolved aus dem MonsterVerse. In den jüngsten Filmen hat Godzilla einige gewaltige Entwicklungen durchgemacht. Ich meine, hey, schon seine Grundform ist eine fast unzerstörbare Naturgewalt, wie uns die Filme bereits gezeigt haben. Aber in Godzilla King of the Monsters, also dem zweiten Film der MonsterVerse-Godzilla-Reihe, da konnten wir eine noch viel stärkere Version von Godzilla wahrnehmen, als er die Macht der Titanen aufnahm und durch eine nukleare Explosion noch wesentlich stärker wurde als zuvor. Lasst uns hier also mal die verschiedenen Stärken von Godzilla an sich aufzählen. Denn in der Theorie dürfen wir die nicht einfach weglassen. Godzilla müsste in seiner Evolved-Form mindestens auch die Fähigkeiten besitzen, die er ebenfalls ohne diese Form besessen hat. Fangen wir also an mit Stärke Nummer 1. Na klar, der nukleare Overload. Diese Version von Godzilla hat Zugang zu einer beinahe unendlichen Quelle nuklearer Energie. Sein berühmt-berüchtigter Atomic Breath ist bereits eine der mächtigsten Waffen im gesamten Kaiju-Universum. Aber der Burning Mode, den wir in der aktuellsten Variante aus Godzilla 2 King of the Monsters wirklich sehr gut kennengelernt haben, also seine überladene Form, ist quasi eine neue Stufe der Naturgewalt. Godzilla kann nicht einfach nur die gesamte Umgebung mit nuklearen Strahlungen überfluten, sondern auch mit seinem thermonuklearen Puls alles in der Nähe einfach verdampfen. Ich meine, schauen wir uns einfach mal an, was er mit Ghidorah angestellt hat. Und ja, auch Stärke Nummer 2 dürfen wir auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Die unzerstörbare Widerstandskraft. Ich meine, ja, wir müssen im Hinterkopf behalten, Godzilla hat es geschafft, Gegner wie Ghidorah, einen außerirdischen, dreiköpfigen Drachen und sogar Mechagodzilla zu besiegen, der im Endeffekt auch nur Ghidorah war, nur halt quasi in einem anderen Gewand, aber dennoch im Endeffekt auch wirklich übermächtig zu sein schien. Godzillas Körper kann nukleare Angriffe und physische Gewalt einstecken, ohne groß nachzugeben. Allerdings sei hierbei gesagt, jede Stärke hat ihre Grenzen. Besprechen wir hier vielleicht auch gleich mal die Schwächen von Godzilla selbst. Schwäche Nummer 1, ganz klar, Godzilla ist zwar extrem widerstandsfähig, aber nicht unverwundbar. Wenn er zum Beispiel zu viel Energie absorbiert oder überladen wird, könnte er sich dabei selbst zerstören. Wie wir es ja zum Beispiel auch in früheren Versionen von Godzilla selbst gesehen haben. Ich meine, decken wir hierbei nur mal an den Film Godzilla gegen Destroyer von Toho selbst. Diese Überladung müsste in der Theorie auch einem Godzilla aus dem Monsterverse irgendwann Schaden zufügen. Und Schwäche Nummer 2, Godzillas enorme Größe und Kraft machen ihn einfach sehr langsam. Schnelle und sehr agile Gegner könnten ihn theoretisch überlisten. Ich meine, wenn wir uns einfach mal an den Film Godzilla vs. Kong zurückerinnern, müssen wir einfach ganz klar feststellen, dass Godzilla von Anfang an mächtiger war als Kong. Und obwohl er diesen letztendlich auch besiegen konnte, hat Kong wirklich sehr gut gegen Godzilla standgehalten. Und der Grund hierfür ist ganz einfach Kongs enorme Intelligenz oder ebenfalls auch seine starke Agilität. Und genau diese Agilität können wir auch in Godzilla Kong The New Empire bei Skar King selber wiedersehen. Der es immer wieder schafft, Godzillas Angriffen auszuweichen. Aufgrund dessen, dass er eben relativ langsam und dann doch sehr behäbig agiert. Auf der anderen Seite dieses Kampfes haben wir den Destroyer. Den berühmt berüchtigten, vielleicht sogar Erzfeind von Godzilla. Zumindest mitunter einen der schlimmsten Feinde, der jemals gegen den König der Monster in den Ring gestiegen ist. Ein Wesen, das nicht nur durch rohe Kraft, sondern auch durch evolutionäre Adaptionsfähigkeiten beeindrucken konnte. Destroyer wurde vom sogenannten Oxygenzerstörer oder auch Oxygen Destroyer erschaffen, welcher dieselbe Waffe ist, die Godzilla in seinem allerersten Film getötet hat. Und ja, allein dieser Fakt macht Destroyer schon zu einer beinahe mythologischen Bedrohung im Godzilla-Kosmos, weshalb ich davon ausgehe, dass früher oder später ein Destroyer in Monsterverse auftauchen muss. Besprechen wir auch hier mal die Stärken des Widersachers von Godzilla Evolved. Stärke Nummer 1 ist definitiv die biologische Evolution und die starke Anpassungsfähigkeit. Destroyer ist kein klassischer Kaiju, der in einer einzigen Form kämpft. Er beginnt als mikroskopisch kleiner Organismus und entwickelt sich dann durch verschiedene Stadien bis hin zu seiner finalen Form. Einer gigantischen Bestie mit Flügeln, Clown und der Fähigkeit, sich bei zu Bedarf zurückzuentwickeln und sich einfach neu zu formieren. Diese biologische Anpassungsfähigkeit gibt ihm einen extrem taktischen Vorteil. Denn im Endeffekt könnte Destroyer sogar in seiner finalen Form herausfinden, dass Godzilla Evolved zu mächtig für ihn ist. Wenn er es dann aber schaffen würde, sich wieder in seine Ursprungsform zurückzuentwickeln, könnte er die ganze Evolution nun auf eine andere Stufe bringen und die eben im Gegenzug zu Godzilla Evolved entwickeln, um diesem eben widerstandsfähiger zu sein. Und die Stärke Nummer 2 ist tatsächlich der Oxygen Destroyer selbst. Ja, denn Destroyer nutzt eine Waffe, die eine Bedrohung für jedes Lebewesen darstellt. Zumindest jedes Lebewesen, das Sauerstoff zum Überleben braucht. Den sogenannten Micro Oxygen Strahl. Diese Waffe zerlegt die Moleküle eines Gegners und könnte theoretisch Godzilla einfach ins Nichts auflösen. Und ja, gerade in diesem Kampf ist diese Fähigkeit extrem gefährlich, da sie Godzillas größte Kraftquelle, seine Zellen, angreifen könnte. Stärke Nummer 3 bei Destroyer wäre seine Nahkampffähigkeit, die man bei Godzilla vielleicht auch noch mit dazu hätte zählen können, aber bei Destroyer haben wir hier wirklich einen sehr prägnanten Vorteil. Mit seinem sogenannten Hornstrahl kann Destroyer eine Energieklinge erzeugen, die seine Feinde im Nahkampf einfach durchschneidet. Seine Größe und physische Stärke sind ebenfalls mit Godzillas vergleichbar, was ihn erneut zu einem tödlichen Gegner im direkten Schlagabtausch macht. Und ja, allein schon was die Größe angeht, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie groß Godzilla Evolved im Monsterverse selber ist, aber ich meine, dass der Destroyer, den wir bei Toho kennen, immer noch um einiges größer sein müsste als Godzilla Evolved, den wir eben bei Godzilla Kong the New Empire gesehen haben. Ich werde hier die Größenvergleiche gerade mal für euch einblenden. Das sollte jetzt aber auch für den Laufe des Videos keine große Relevanz mehr haben. Und ja, natürlich hat auch ein Destroyer sehr große Schwächen, die man hier in den Kampf mit einbauen müsste. Destroyer ist durch seine evolutionäre Struktur anfällig für Angriffe, die ihn auf molekularer Ebene treffen könnten. Godzillas Atomic Breath zum Beispiel könnte diese Schwachstelle komplett für sich nutzen. Und Schwäche Nummer 2, ja vollkommen klar, er ist zwar anpassungsfähig, aber ebenfalls nicht unbesiegbar. In dem Film Godzilla vs. Destroyer, also dem einzigen Film, in dem diese Kreatur wirklich vorgekommen ist, war er trotz seiner mächtigen Fähigkeit nicht in der Lage gewesen, Godzillas thermonuklearem Puls zu widerstehen und ist auch dem zum Opfer gefallen. Stellen wir uns also jetzt hier den ultimativen Kampf vor. Godzilla Evolved trifft tatsächlich auf Destroyer. Der Kampf würde wahrscheinlich auf einer, naja, einer Art von verwüstetem Erdo-Setting stattfinden, vielleicht mitten in einer zerstörten Metropole, wo beide Giganten um die Vorherrschaft kämpfen. Schauen wir also, was jetzt passieren würde. Wir beginnen mit Runde Nummer 1, dem ersten Zusammenstoß. Beide Monster sind extrem widerstandsfähig, aber Destroyer würde wahrscheinlich versuchen, Godzilla durch seinen Micro-Oxygen-Strahl vorerst zu schwächen. Doch Godzilla Evolved mit einer verbesserten Strahlenresistenz und atomaren Energie würde den Angriff zunächst abwehren können. Godzillas Atomic Breath wäre eine sofortige Bedrohung für Destroyers Struktur. Und sein thermonuklearer Puls könnte Destroyers Moleküle komplett destabilisieren. Das heißt, die beiden Giganten würden zuallererst mit Fernkampfangriffen aufeinander losgehen. Bis wir aber dann zu Runde 2 kommen würden, dem Nahkampf. Im Nahkampf wären beide definitiv extrem stark. Destroyers Hornstrahl könnte Godzillas dicke Haut tatsächlich durchdringen. Aber Godzillas thermonuklearer Puls würde Destroyer erheblich Schaden zufügen, beziehungsweise hätte er das ja schon bereits getan und seinen Gegner eben extrem geschwächt. Je näher Destroyer also jetzt einem nuklear aufgeladenen Puls Godzilla Evolved kommen würde, desto mehr wäre er eben auch diesem Puls ausgesetzt, der ihn langsam auseinanderreißen würde. Das Ganze wäre quasi wie eine Art von Schutzschild von Godzilla selber, gegen das ein Destroyer nur sehr, sehr schwer ankämpfen könnte. Runde Nummer 3, die Endphase. Am Ende des Kampfes würde Godzilla in seiner Burning Mode Form eine enorme Energie freisetzen. Diese Hitze und der nukleare Angriff wären so intensiv, dass ganz klar selbst ein Destroyer wahrscheinlich nicht standhalten könnte. Während Destroyer stark ist und viele Fähigkeiten hat, würde Godzillas schiere nukleare Macht und seine unaufhaltsame Natur letztendlich den Sieg sichern. Allerdings dürfen wir hierbei nicht vergessen, dass Godzilla in diesem Szenario erst einmal in den nuklearen Burning Mode kommen müsste. Sollte er diese Form nicht erreichen, dann wäre der Kampf Destroyer gegen Godzilla wieder ein wesentlich ungewisserer und ein Destroyer wäre tatsächlich in der Lage, Godzilla zu vernichten. Aber ja, würden beide Kreaturen hier ihre gesamten Trumpfkarten ausspielen, müssen wir sagen, am Ende dieses epischen Kampfes glaube ich, dass Godzilla Evolved aus dem Monsterverse der Sieger wäre. Zwar ist Destroyer ja wirklich ein extrem mächtiger Gegner und sein Micro-Oxygen-Strahl ist eine der gefährlichsten Waffen, die ein Kaidu jemals hatte, aber Godzillas nukleare Überlegenheit und die Fähigkeit des sogenannten Burning Modes mit dem thermonuklearen Puls, die geben ihm einfach den entscheidenden Vorteil. Seine immense Zerstörungskraft und seine Resistenz gegen die meisten Angriffe machen ihn in diesem hypothetischen Duell zum klaren Sieger. Aber das hier ist auch nur meine Analyse. Jetzt seid wie immer ihr gefragt, was denkt ihr? Wurde Destroyer vielleicht im Monsterverse einen Weg finden, Godzilla zu besiegen? Lasst mich alle eure Gedanken dazu in den Kommentaren unten wissen. In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.